ja die beiden sind ja ne Jojo ist eigentlich bloß ein schwarz-weiß ja ne weissen anders kannst du die Welt nicht sehen inzwischen den gibt's nicht hier wär's denn mal mit Farbe und kommt er dunkelschwarz ja dunkelschwarz ich mag dunkelschwarz ne dunkelschwarz äh dunkelbunt meine ich dunkelbunt dunkelschwarz ist meine Farbe meine Lebensweisheit ich mag dunkelbunt und Züge um stammt wo geht's denn hier hin keine Ahnung ich versuche erst mal wieder einen Weg hier hochzubauen nur hab ich grad nen Klotz vorm Gesicht das ist dein Gedicht, das ist kein Klotz Eko der im Glashaus, ne? ich hab ein gutes Gesicht du schießt mit Stein, ich schwerf mit Raketen du buddelst gerade an Kohle vorbei ok ja ich hab mich hier reingebuddelt damit ich an Eis gleich auf Anhieb rankomm ich geh halt auf Nummer sicher ich geh halt auf Nummer sicher oh gott, helf immer mehr und mehr? ja ist nicht grad wenig, also über Kohle reg ich mich nicht mehr so schnell auf mal sehen wie lange das anhält 5 Minuten 5 Minuten ich bin's dazu vorsichtig, dass es so lange hält so jetzt hab ich Plotz Kohle in der Tasch in der Tasch und ich will auf meine Spitzhacke weg, ich bin auch blöd Eisen oooh du gesackelt das war nicht beabsichtigt das ist geil, ich glaub ich hab einen eigenen Metalldetektor auf lebendiger Art und Weise bekommen ach echt? ne du findest doch alles für mich na du kannst du dieser Scheiße nachbuddeln was dieser Scheiße? ne, ja, Kies und Erde ne, da bin ich für ready ne Erde geht ja mal noch, aber unbedingt daran muss es nicht liegen doch, dann sieg du mal daran ah ja ooch 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 ich bin grad runter, der Fallen mh warte mal, ich muss mich kurz klub ach nö rauschen wird schon wieder stärker, spuck mal ins Mikrofon, Juro ooch das hat geholfen irgendwie muss man doch helfen was und war's nicht laut genug, soll ich nochmal? das hat geholfen bei dir vielleicht ist ja immer noch das Kackrauschen das ist ja das nervige dran au so, jetzt hab ich mich in meiner eigenen Höhle inzwischen auch verlaufen geil und es läuft aber vor uns große Tünne spucken, ne? mhm ich hab keine großen Tünne gespuckt, ich hab nur die Wahrheit gesagt ich hab nur das ausgesprochen, worauf sich andere nicht einlassen wollten weil ich sie zu feige waren die feigen Schweine ja äh nicht wiii wuuu verdammt ist das Duster hier kauf dir Fackeln kaufen vor allem, hier gibt's keine Läden, spasti 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 und so was anderes sagen du pure dumm 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 Backe das wird immer ein Niveau forder das wird immer ein Niveau forder meine Damen und Herren, heute singt für sie das Niveau genau in dem Moment ertönte irgendeine komische Melodie dumm 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 nein die nicht du haust Erde mit einem Goldblock weg du musst echt die Geldscheißer haben das auf 8 Uhr auf 8 Uhr auf 8 Uhr um auf 8 Uhr ist ein Creeper auf RT juhu um scheiße ach ja hab schon noch einer ich glaube ich hab ne Höhle gewonnen vielleicht ist es meine das das hält sich irgendwie nach Spinne an hier drinnen die kann ruhig zu mir wirklich ins echte Leben kommen, damit sie endlich die scheiß Fliegen frisst juhu du musst ja weiter buddeln ich hab keine Spitzhacke mehr ah doch ich hab noch eine ha wo überhaupt oh Gottes Willen warten übelst tief hier dann kannst du mal gucken und ich find trotzdem den Haus gar nicht mehr ich hab mich verorbt und mein eigenen naja gut eigenem Tüttelsystem wäre eh falsch ist ja nicht mehr mein eigenes ich hab doch bloß die Erde weggekram Problem ist ich seh hier nicht mehr durch achte einfach auf die Stellen wo alles gerade ist da bist du nämlich dann richtig hier oben zum Beispiel ja bleibste auch so dann gehen wir mal gehen wir aus der Sonne so äh wie lang äh richtig Moment Moment soweit brauchst du nämlich ausscheiden ja denn das hinten ausgebot keine Ahnung dann brauch ich wahrscheinlich irgendwann mal so dann gehen wir ah ja prima das erklärt so einiges dass man mir nicht mehr vorwärts kann bei mir ruckelt das hier aber auf übel zart und weise gerade was das Spiel? ja das liegt dann wahrscheinlich grad an dir wie bei mir manchmal ich bin final äh mal eben wohin ja 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 good luck have fun haha guten Rutsch und Sonne ja guten Reinrutsch ahah du schwein guten Reinrutsch ja ja ha 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 oder guten Reinfall je nachdem so Treppe wo bist du als nächstes da na ah Gott für eurem eigenen System super 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 schwer bereiterin das könnte hier oben Fischern sein mell das siehnt im kleinsten Tülligen Systeme hurt75 verhöre aber in den Größten Wuchen das Regnen und Chrissi trägt sich nicht nach draussen Mögel der Mann steigen keller ich brauche nicht raus zu gehen auch so dass es meint das ist meine Liebe nein 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 Fakten zu tun ein Kripo und das kommt aber nicht anscheinend ein Stück ein die Bude macht die Bude macht brauchst du keine Tür mehr ja natürlich ich krieg deinen Hassanfall was für ein Loch naja du siehst den Kerl wenigstens schon mal ich glaub das ist auch scheiße ich sterb gleich weil ich kein Essen mehr hab hat nicht Spaß Alter mach mal einen Abblockweg da rüber zum Ofen schuss 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 Essen, 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 Brot, Brot, Brot. Ich glaube wir haben ein Problem. Also ich hab Glas da, ich hab Schneide da, ich hab Erde da. Einfaches Loch zumachen und die Türen reinbauen. Oh. So eine Tür hab ich. Irgendwer muss eine andere Türe haben oder die muss irgendwo unten gelangt sein. Ja, was ist denn schon? Hast du die? Ich hab ein Indisch. Na ja, hat Rico wenigstens ein größeres Loch als vorher. Das hat sich übel verabschiedet, ey. Ja. Wieder da. WB. Unser Haus hat sich grad verabschiedet gehabt. Wie, verabschiedet? Creeperangriff. Ich bin schon aufbauen. Angriff? Ja. Dort waren zwei Creeper vor der Haustiere. War nicht lustig. Hm. Ich dachte schon, die haben sich irgendwie kollektiv zusammengeschlossen und... Angriff der Chromecreeper. Ich hab ein bisschen was umgebaut vielleicht. Ein bisschen. Ein bisschen. Das gesamte Haus weggesprengt, ungefähr. Naja. Ich brauch nur umdekorieren. Ne, war schon bescheiße. Der hat die gesamte Fronter Haustüre weggerissen. Und wir vermissen eine Haustür. Ach ne, das war Absicht. Okay, alles klar. Ne, das ist ja angebaut gewesen von mir. Hä? Warte, ich bin verwirrt. Oh. Ja, ich hab nur den Bau. Hast du gut gemacht. Ey, hier fällt wirklich... Ja, hier fällt eine Tür. Ich hab eine noch in meiner Tür. Eine Tür ist nicht sehr effektiv. Ich hab noch die Tür in meiner Tür. Ich glaub, die Creeper lachen uns dann aus. Nicht nur die Creeper. Auch die Spinnen. Alles. Bei der Innenbude kannst du Sachen lachen, die spinnen mich jetzt schon aus. Aha. Weil ich kein Dach drauf hab. Die Craftingbox ist scheinbar auch in die Luft geflogen, oder? Die Craftingbox? Ne, ich dachte eigentlich lieber noch da gewesen. Ne, die ist irgendwie weg. Warte. Ich baue ne neue. Ne. Die hat sich nicht weggesprengt. Der stand... Hä? So weit sind die in mir nicht gekommen. Ich komm jetzt mit einer Tür. Moment, ich baue ne neue. Kostet ja eh nicht. Ne viel. So. Ah. Tür. Tadaaaa. Das ist schon, um rangebaut. Was zum Henker. Alter. Von außen muss das einbauen. So. dann sieht es auch besser aus Kanzler noch mal ins Mikrofon kotzen ho ich bin nicht auf der Recker aber hat geholfen danke tut mir leid ich hatte nicht genug Speichel im Hals zum ersticken okay er hatte hier diese merkwürdigen Wege gesetzt was? Ich? ich hab den Walden nicht verschillt vor allem jammerst du über unsere Hütte ne und dann hier sitzt du so ein Ding ja das musste ich schnell machen weil es nämlich nachgefahren da wir ihn doch nicht bei uns lassen wollten wir wollten ihn leiden sehen da sitzt du da hinten? Baut da jemand ne Pyramide? wo? Münzebäber? ach ne Quatsch sah jetzt bloß wo aus bei dir sah jetzt zu viele so aus ich will Quallenfleisch ich will Quallenfleisch äh Tinten wir wollen wir müssen uns sowieso mal langsam drum kümmern dass wir über Essen rankriegen wir haben nämlich ein gewisses Nahrungsproblem das dann gehe ich noch kümmern ganz einfach mal das Gartendingen pflegen äh wächst schon alles wir hatten den Zuckerbrot angebaut ich ne wir haben bis jetzt bis zu her in Getreide ist fertig das kann man nicht ich ich hab mich bis zum Grund durchgegraben na habt ihr keine Knochenmehl oder so? bist du mal wieder unten angekommen ja ich ich hab 8 Knochen ja dann kannst du Knochenmehl machen dann kannst du nicht beißen dann kannst du nicht beißen naja was was man für'n Scheiß alles machen kann nein ich hab'n ich hab'n mit ich hab'n und mich ich hab'n mit ich hab'n ich hab'n